Oh mein Gott, Dienerhand! Moin moin! Ey, wir können direkt da drüben ins Gebäude rein. Das ist glaube ich fest für dich, das ist so katen und rausgehen. Guck mal, wie du einfach los sprintest, du hast auch gar keine Angst. Rechts vorne ist das Spielerspawn bei Emacom, musst du aufpassen. Also da, ein bisschen gespielt habe ich schon. Nicht erfolgreich, aber gespielt habe ich. Okay, check. Ich loop mal den Kollegen hier. Ja, mach mal. Ich halt mal ein bisschen Haus, schau. Ich glaube, hier müsste, wenn du ja gleich vorne... Ey, konnte man ein FOV change in dem Game? Nein, oder? Ich weiß es gar nicht. Oh mein Gott, let's go! Was hat der gehabt? Oh mein Gott, er hat so ein Trageding für oben. Ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt. Ich habe auf Deutsch eingestellt, aus Versehen. Trageding? Ich habe es genommen, deswegen übelst geil. Wir müssen für dich... Rick. Ah, ein Rick, okay. Wir müssen für dich da hinten irgendwas locaten, glaube ich. Und dann habe ich es aber auch schon wieder vergessen, den Rest. Ich muss gar nichts locaten, aktuell. Na klar, ich muss was locaten. Leck Eier. Oder hast du nicht alle Quest angenommen? Lecker, leck du Eier. Was willst du von mir? Wenn du hierhin gehst, müsste Quest eigentlich für dich fertig sein. Ah, ja doch. Ja, du hast recht. Ich muss irgend so ein Parkplatz finden. Lecker Eier, sagt er. Du Bastard. Hast du gerade einfach in den Fahrstuhl reingelaufen. Und wie ist das so? Da war eine Kiste drin, ne riesige. Wie ist das so? Warte, da war eine riesige Kiste, du Bastard. Oh mein Gott, da ist einer! Da hinten war einer, what the fuck? Ja, ja, warte, warte. Ins Frauenklo. Bro, das war ein Spieler. Wo, rechts oder links? Rechts. For real? What the fuck? Ja, ich wusste nur nicht, wer du bist. Das hätte ich geschossen. Und jetzt? Keine Ahnung, Bro, vielleicht umläuft der uns. Oh mein Gott, ist das scheiße. Hast du eine Granate dabei? Ich stehe immer noch weg. Nein, Bruder. Boah, der weiß halt auch, dass wir die größten Dullis sind. Das merkt er halt nicht direkt. Ja, das checkt er. Ja, ich push rum, komm. Sicher? Oh, du, das leckt ein bisschen. Ja, leckt gleich meine Eier. Hast du hier kein Quest-Dingens bekommen jetzt? Ja, doch, hab ich, hab ich bekommen. Ich so. Du kust den Affi hier. Ja, mach mal. Dann load ich den anderen. Den anderen, Bro. Hast du deine Facecam in dem Game? Rechts unten? Ja, rechts unten ist glaube ich am smartesten. Oh mein Gott, nein. Was denn? Ich hab die Szene nicht zurückgebaut. Das Brault ist noch auf League of Legends. Fuck, wir können da gerade... Ah, nee, raus, ja. Ich weiß leider gar nicht mehr, wo die anderen Sachen sind, die du machen musst, ne? Ich glaub, eine Sache ist noch, wenn man hier hoch geht. Oh! Da ist mir auch über... Da ist einer, ne? Okay, sorry. Bin wieder da. Das ist in Ordnung. Da hinten ist gerade einer gelaufen. Hinten, links oder rechts? Rechts, rechts. Der ist nach rechts gelaufen. Schleich mal. Wie geht's schleichen nochmal? Digger, du meinst, du spielst schon übelst viel. Mann, sag doch einfach. Gönn dir. Sick. Was für ein Muted? Warum schon wieder Muted? Ist das nice? Oh mein Gott, ich hab auch so ziemlich gemuted im Stream. Wie ist das passiert? Okay, mal wieder drin. Schleichen wusste ich gar nicht, dass das geht bis jetzt. Ist das scheiße? Der scheiß Stream ist schon wieder hier. Nicht so Cash Money von dir. Bruder, er sagt, er hat mega viel gespielt, aber er wusste nicht, wo Schleichen ist. Ich kann nicht mehr. In dem Game, wo es taktisches Schleichen ist. Wo taktisches Schleichen ist, legit alles. Ich nutze diese Pussy Features nicht, okay. Ich bin ein echter Mann. Weil ich denn Männer schleichen nicht. Boah. Boah. Kinder aus. Du bist sicher, dass er rechts war? Ja, also der kann es auch anders lang gelaufen sein. Ich bin hoch. Da geht es nicht hoch, dass er echt wieder runter kommt, Bro. Oh mein Gott. Ist das krank. Wir müssen da hinten zu der Katze, wir müssen da hinten zu der Katze, da geht es weiter, glaube ich. Ich spinne hier durch? Ja. Hinten bei der Katze war irgendein, war irgendein Quest. Ich habe eine Packung Kippen für uns. Geil. Können wir uns nachher teilen, Alter. Zum Aufstehen, Kippen und Kaffee, wie ein echter Mann. Oh ja, hier musst du hin. Oh, ich habe einen Helm. Ja, hier hinten ist tatsächlich, jetzt weiß ich wieso wir hin müssen. Komm her. Warte mal, warte mal, ich muss echt einen Helm mitnehmen und den irgendwo hinpacken. Oder gib mir den, ich habe noch keinen. Ähm, nö. Na doch, ja, hier, komm. Liegt vor mir. Du musst mir deinen UN-Helm gegeben. Da musst du, warte, einmal durchlaufen, dann liegt ja so ein Toter links in der Ecke. Also ich habe auf jeden Fall schon was bekommen. Muss ich noch irgendwas einsammeln? Ne, 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 du musstest den, glaube ich, noch bekämpfen. Danke, Bruder. Oh Mann. Oh, sorry. Bist du das? Ja, ich war's, ich war's, das ist meine... Huawei doch, Chat meinte ich muss den Key einsammeln. Echt? Hat der einen Key? Den hat schon jemand. Ah, das war wahrscheinlich der Typ der vorher. Oh no. Das ist, äh, meine Mute-Button ist meine Red-Taste hier im Game. Das ist natürlich dann... Also, Junge, mit wem zock ich hier? Das ist ja kranke Scheiße. Bro, Alter, du wärst einfach schon... Du wärst dich hier gar nicht... Du wärst schon längst irgendwo gegen eine Wand gelaufen. Lüge. Ne, das ist halt unlucky jetzt. Das Mute-Button halt auf F1 liegt. Muss ich gleich anbeinden. Gigger, du mutest dich mit F1? Komm, red mal nicht drüber. Das ist kranke Scheiße, Alter. Bro, du hast legit neun Tasten an der Maus dran, ne? Willbrow mutet sich mit F1, Alter. Die sind tatsächlich meine... Das sind meine Building-Tasten in Fortnite. Deswegen kann ich die nicht belegen. Krank. Ich weiß nicht, wo wir noch hin müssen, ne? Ich auch nicht. Ich muss halt einfach nur... Wir müssen einfach nur looten. Wollen wir jetzt mal kurz auf der Karte gleich checken, wo wir sind, Bro? Wir sind in Terragroup. Das weiß ich. Wir sind in Terragroup. Ich weiß aber nicht mehr. Sag mir mal, wo du hin musst zum Locaten. Zu welchen Gebäude du rein musst. Bei der Quest. Treppe hoch, schreibt Chat. Alright, let's go. Was? Würde ich jetzt auch sagen. So ein bisschen. Ja, ja. Arschlecken wolltest du sagen, Bro. Du wolltest du Scheiß sagen. Ich wollte sagen, Treppe hoch. Käse Gnocchi, Treppe Gnocchi. Kennst du den Typ auf TikTok? Ich glaub, ich hab's gestern gesehen, als du das angeschaut hast, ja. Ich hab's reingeschaut, Alter. Ja. Das Ding ist, das ist ja eigentlich mega cool, wenn das so ein authentischer Italiener ist und zu dir kommt und dann mal sagt der so, du sagst du Grazi und der sagt Rego oder irgendwie so und dann hast du so ein bisschen so ne... Ja, ja. Aber weißt du was? wie Matthias, Alter. Und sag mir Bravo oder chill mal, Alter. Bist du das? Oh mein Gott. Alter. Mein Gott, Alter. Mein Gott. Chill mal ne Runde. Das ist ja krank. Alle paar Meter. Oh, bist du das? Ist das verrückt. Ich hab heute Nacht geträumt, dass ich ne Red Key Card find. Kein Scheiß. Bruder, du bist so ein Opfer, Alter. Die fällt mir grad so ein. Die ist ein bisschen was wert. Ich hab geträumt, dass ich die find. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich weiß nicht, wir müssen in die Nummer 4. Oh, Nummer 4. Kannst du aufmachen. Leider nicht, ich brauch dafür den Key. Oh, wait. Er hat jetzt schon aufgemacht. Yes, yes. Easy. Hast du jetzt schon? Ja. Habs bekommen gerade. Geil. Er wird ja auch alles gelootet haben. Glaub ich nicht. Nein, nein. So schnell war der nicht. So schnell war der nicht. Glock ne CPU. Joink. Und SSD. Hier liegt noch ne Festplatte auf dem Tisch. Wird eingebaut in meinen neuen NC-DX-T. Siehst du irgendwo ne Festplatte auf welchem Tisch? Ah, ja, ja. Doch, doch, doch. Komm, komm, komm. Die ist glaube ich hier links, entweder hier links auf den oder hier bei dem hier. Ne, hier unten müsste sein. Hopp, 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 hopp. Ja. Geil, danke. HDD. Classic. Oh, wieder nicht enjoy, dass wir das gerade machen. Ich hab, ich find Tarkov eh richtig geil. Ja, ist so ein gutes Game, oh mein Gott. Oh, hä, für was brauch ich denn HDD als Quest-Item noch? Also er hat auf jeden Fall noch nicht gelootet hier, Bro. Ja, der ist ja eigentlich... Ihr könnt auch ein bisschen gechillter spielen und Realtalk erstmal so ein bisschen Loot auf Safe rausbringen, weißt du? Ich bin voll down, Alter. Ich hab wirklich... Wir müssen gar nicht so crazy eskalieren erstmal. Lass erstmal ne Grundeinkommen aufbauen. Weißt du, erstmal ne Base, dass wir investieren können. Ich hab gestern mit 500.000 Rubel angefangen und mit 50.000 geendet, also. Musst du nichts erzählen. Digga, buy high, sell low, sag ich immer. Ja, das ist die Strategy, Alter. Jetzt schnell während Bitcoin hochgehen, schnell wieder reinpumpen mein ganzes Geld. Wenn wir nachher Weinquests machen, müssen wir uns ein Squad aus Zuschauern wieder zusammenstellen, bitte. Weil sonst... Bitte? Warte? Warte? Was hast du gesagt? Warte, da hat grad wer geredet. Schau mal. Da hat er ja Skeff-Voicelines gemacht. Hast du gehört? Nee. Kann doch sein, dass Skeffs schon reinladen. Auto ist... Auto ist gone, können wir nicht mehr machen. Ja, doch, lass weitergehen. Wie hält man nochmal sein... sein Atewan? Mit Alt? Shift vielleicht? Nee. Ah, mit Alt, ja noch Alt ist es. Guck. Frag ich doch. Shift, Alt... Oder... Oh, hier steppt jemand. Wo? Ich steppe vor der Tür, ich steppe vor der Tür. Ich komm jetzt rein. Nee, draußen Bro, halt mal die Fresse, stepp mal nicht. Ja, hundertprozentig. Der ist drin jetzt. Ich würd sagen rechts hinter mir. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Skeff und einem Bot? Es gibt... Skeffs sind auch Bots, aber es gibt Skeff-Player auch. Du kannst alle 20 Minuten einen Bot sozusagen übernehmen. Nimmst dann seinen Gearspawns in eine laufende Runde rein und kannst dann quasi ohne Verlust eine Runde machen. Müssen wir auch jede Runde eigentlich machen, ne? Ja, mach mal, lass uns nächste Runde direkt machen, dann können wir... Hier ist er, hier ist er, rechts hinten, rechts hinten, rechts hinten. Okay. Ist er rechts rumgelaufen? Ja, 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 ja. Nein, der hat mich! Hinten, rechts, Neil! Er hängt ab! Du hast ihn wieder! I believe, I believe! Komm schon! Hab ihn, hab ihn. Wie denn, du musst ihn... Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja? Ja? Ja. Oh mein Gott, let's fucking go! Gute Arbeit! Ja, aber es scheiße für dich, ja. Oh, wir hätten eine andere Seite rushen sollen. Sorry, ich hätte nicht so rein pushen sollen. Good job, good job, good job! Er hat nur eine Pistol gehabt, ne? Oh mein Gott, hat er mich mit... Vielleicht ist noch einer da. Aber eigentlich glaube ich nicht. Warte! Meine Sachen waren versichert, vielleicht kannst du die wegwerfen, dann bekomme ich die. Ja, lass mich mal kurz... den auseinander nehmen, kurz. Ich glaube, meiner hatte keine Pistol, Bro. Sicher? Ich glaube schon, ja. Deiner hatte keine Pistol, sicher? Ich glaube schon, ja. Doch, Bro, der hatte eine Pistol. Hier ist keiner mehr. Der ist einfach um die Ecke gelaufen. Ja, der hat ja nicht gewonnen. Ja, sorry. Ich bin noch nicht so drinnen, Bruder. Ich bin noch in meinem Rambo-Mode, Alter. Ja, check ich. What the fuck? What the fuck? Ich looke dich, nehm ne kurz aus dem Handler. Ich denke, ob bei dir mit was für einem Muni du getötet wurdest. Das sieht man doch nicht, oder? Äh, ich weiß es gar nicht. Ich, dass ich wüsste. Warte, warte. Scheiße. Doch, mit neun Milli, ja. Ja, ja, ja. Neun mal neunzig. Ja, das ist meine Pistol gewesen. Sollen wir uns unser Game gegenseitig mit Sound als Anwendung übertragen? Dann kann, wenn einer tot ist, der andere zugucken mit Sound. Ja, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir. Kannst du was kurz machen auf korrekt? Dann mach ich auch. Machen wir kurz. Weiß halt leider nicht ganz genau, wie das geht. Äh, du gehst auf Streaming, Anwendung und dann halt, ja, und dann überträgst es mir einfach. Ja, lass mich kurz einmal kurz sehen seine Staffen, aber der hat auch gut Blut dabei, ne. Der ist hier aber auch naked rein, nur mit der Pistole. Hat der noch irgendwas geiles gehabt? Ne, okay, warte, ich mach das kurz. Warte, was, ich geh auf Bildschirm übertragen? Ne, doch. Ja, ja, dann auf Anwendung oben. Anwendung, ja, Escape from Tarkov. Dann Escape from Tarkov. Und dann, das war's. Jetzt einfach machst du 1080p, 60 FPS oder so und dann anfangen. Ja, ist auch okay. Ich werde jetzt nicht sterben, wenn mir ein paar AP fehlen. Hast du, siehst du? Ja, 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 ich ziehe auch mit Sound. Okay. Geil, brauchst du eine. Wie mach ich das jetzt, dass ich dir deinen Scheiß wegwerfe? Oder lass ihn einfach liegen? Alright, hat sich übel gelohnt. Gut, dass wir das gemacht haben. Ey, Klang, Klang. Wow, 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 wow. Cool, cool, cool. Drusch Kufka, Alter. Der chillt da und aimt ab. Oh, sind wir jetzt weiterhin in einer Gruppe? Und WLAN kann jetzt alles auswählen, oder was? Ah, man bleibt jetzt in einer Gruppe anscheinend. Oh, das ist aber geil. Da muss man nicht die ganze Zeit diesen Stress machen. Mit, ähm, wo können wir rein und so. Sondern du queust einfach rein. Ja. Bro, das ist mega gut. Das ist gut. Ich glaube, du musst trotzdem noch in die Gruppe kommen. Du musst auch irgendwie noch Ready drücken oder so. Ich glaube, einfach dich reinkuehen geht nicht. Bro, das ist, das ist ein Big Upgrade. Real Talk Chat, weil das Game an sich ist übelst geil, aber alles drumrum mit reinkuehen ist Pain in the Ass, Alter. Das ist wirklich sehr gut. Und es kann übrigens sein, dass wir jetzt so 5-10 Minuten suchen, ne? WLAN, was ist denn die Mission an Silvester? Geben wir uns gottlos die Kante oder gehen wir gechillt rein? Boah, es kommt auf den, ich glaube, ich warte auf den Mood. Ich gucke mir den Mood an. Ja. Und wenn der Mood nach Kotlos Kante aussieht, dann bin ich da auch down auf jeden Fall. Ja, also wir sind, wir sind halt auf einer Home-Party-Chat und also von Miguel. Miguel wohnt halt in einer WG, in so einem Haus. Und, äh, da wohnen auch noch andere Leute drinnen. So Falco zum Beispiel kennt ihr vielleicht, oder Dima. Anyway, Dima wohnt, doch, Dima wohnt da noch, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. I don't know, auf jeden Fall wohnen da viele Leute. Und er meinte zu mir, dass es eher chillig wird. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was bei dem chillig heißt, oder? Das kann auch, chillig kann auch heißen, jeder trinkt 20 Shots und wir kubbern alle rum. Ja, vorbei, Alter. Scheiß, ja. Obwohl, ne, war eigentlich ein geisteskrankes Jahr, ne? Dieses Jahr war auch L.A., ne? Das muss man auch sich nochmal, darf man auch nicht vergessen. Wir waren dieses Jahr in L.A. Ja, das ist crazy. Das fühlt sich irgendwie so an, als wäre das zwei Jahre her. Ähm, stressig sind unter 10 Bier. Äh, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Rod, ich finde, 2023 ist so unfassbar viel passiert einfach, ich weiß nicht. Ich kann irgendwie nicht verstehen, dass das alles in einem Jahr passiert ist. Ja. Also so alleine jetzt natürlich im Real Life, aber auch so Streaming-mäßig und so. Und Digger, was alles dieses Jahr passiert ist, 2023 war crazy. Aber mochtest du das Jahr nicht so? Doch, doch, es war ein geiles Jahr. Gab es irgendwas, was du dieses Jahr gar nicht mochtest? Gibt es irgendwas, was so schlechtes Ereignis dieses Jahr war für dich? Mhm. Die Tarkov-Runden mit dir sind wahrscheinlich mein lowest Point, Alter. Kommt los, kommt los. Oh Mann. Ne, keine Ahnung, so wirklich scheiße passiert es dieses Jahr bei mir nicht. Bei dir? TRIVEXLAN. 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 Mhhhhh. 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 Scheiß Tag, Alter. It's all reserved. Mhm. Du brauchst da Lewa und Tushonka. Let's go, ladies and gentlemen. Du musst für Left Hand Peaks die Waffe in die linke Hand nehmen. Kann man die Seite switchen, oder was? Äh, ja, ja. Liegt hier Schnee? Ja, ja, es liegt Schnee. Es lag aber auch gerade schon Schnee, ne? What the fuck? Aber gut, das hätte natürlich auch sein können, dass auf der neuen Map immer Schnee liegt. Ja, ja, ja. Es hat überall geschneit. Es lebt bei mir immer noch Loot, ne? Ich bin noch nicht drin. Jaja, ich loot schon mal, Bro. Jaja. Was hab ich denn bekommen? Ach gut, gar nicht. Schieß mich dann halt nicht ab, wenn die gleich hinter dir spawnen, ne? Naja, mach ich. Bin da. Wo bist du hingelaufen? Ich schau mal kurz. Ist so geil, dass ich dann... Ja, ich lauf gerade in dieses... Ich lauf in dieses Ding. In das Büro. Ey, soll ich euch Wieland's Map auch einblinden? Oder ihr juckt... Also Wieland's Scream? Ah, ich seh dich. Hallo. Ja, ich hör dich. Ich geh schon mal hier rein. Geh sie mal drinnen? Mach mal dein... Du kommst nicht vorne rein. Du kommst hinten rein, ne? Ja. Ah, das ist ein anderer Scrap. Oh mein Gott. Hast du ihm Damage gemacht? Nein, oder? Ja, jetzt muss ich ihn töten, glaub ich. Ne, ne, ne. Wenn du ihn nicht töten hast... Ich hab das Achievement bekommen. You are not my brother. Jetzt hab ich Scrap Minus Cover bekommen, naja. Ach du Scheiße. Ja, ich hab zu spät geschalten irgendwie. Ich komm jetzt rein zu dir. Ich bin jetzt reingekommen gerade. Man darf keine anderen Scaffs killen, wenn man Scaff ist. Und nur spielen, ja. Wo bist du? Sonst gibt man Minus Karma. Ich lieg hier an der Seite von so nem Truck und loote gerade. Woran erkennt man, ob Bot oder nicht? Movement einfach. So ein bisschen wie so in Fortnite oder so. Ich weiß nicht. Was bist du das hier bei mir? Der rumläuft? Hier Lampe, Taschenlampe. Ne, der bin ich nicht. Der wird dich jetzt... Hier Spinner rum. Hier Taschenlampe, Taschenlampe an, aus, aus. Der wird dich jetzt... Nein, nein, nein. Das sind zwei Scaffs. Renn, renn raus hier. Die sind Akku auf dich jetzt, ne? Krieg ich mehr Scaff Kamer, wenn ich den jetzt auch kille? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder ist jetzt over. Ich muss machen, ich muss machen. Ich steh hier auch, ne? Nicht mich abschießen, ne? Ich geh raus aus dem Gebäude. Du darfst jetzt alle... Okay, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich glaube, ich krieg nicht noch mehr, oder? Ich hab nichts im Healen. Ja, GG, Digga. Ich habe einen S-Mark und Bandage. Ja, S-Mark hab ich auch schon. Ich geh raus und vorne rechts raus, rechts. Ich geh auch raus. Ich bin auch raus. Sorry, ich hab den Run geblow. Wir sollten so schnell wie möglich hier raus. Ich geh mal kurz auf den... Ich geh mal... Warte, ich lauf rein. Ich lauf durch das Gebäude durch. Ich will für den... Ich bin in diesem... Checkst du, welchem Gebäude ich bin? Ja, ja. Ich bin bei diesem Ausgang. Bei diesem LKW-Ausgang, oder wie der heißt. Ja, ja, da bin ich jetzt auch drin im LKW-Ding. Ich lauf jetzt hier raus. Ich bin jetzt rausgelaufen. Hinten, da wo wir reingelaufen sind. Ich will den Airdrop haben. Der kommt direkt bei uns runter, ne? Mach das, Bro. So, ich loot einfach und dann lass gehen. Ritter lass dich zu lange hier bleiben. Ja, ja. Wo können wir raus? Ähm... Ich guck mal. Ähm... Oh mein Gott, ich hab alles auf Deutsch. Es ist so dumm, warum ich auf Deutsch durchswitch da. Oh mein Gott. Ich weiß, wo Heizungsrohr ist. Wir können Heizungsrohr gehen. Warte, kann man das einfach ingame ändern? Oh mein Gott, man kann ingame ändern einfach. Oh mein Gott, Traum. Ähm... Oh mein Gott, ich hör den Sound. Ja, Heatingpipe können wir raus, oder? Lass Heatingpipe raus. Ja, warte jetzt erstmal... Genau, Heatingpipe ist gut. Heatingpipe ist gut. Ich muss mal kurz deinen... Äh, äh, läufst du gerade hier rum? Nein, nein, ich loote den Airdrop. Hier ist jemand. Äh, Bruder, ich seh nur, ich seh nur, ich seh nur, oh mein Gott. Ich seh nur, wie nennt man das? Lensfire, wie das heißt. Ich komm mal nicht drauf. Weil vorne was rauskommt aus der Waffe, dieses Licht. Wie kann ich deinen... Ähm... War das ein anderer Scaff? Kannst du schauen, dass es ein Scaff war? Ne, war ein Spieler, war ein Spieler, war ein Spieler, war ein Spieler, war ein Spieler. Oh mein Gott. Okay. Wie kann ich nur deinen Stream muten? Weißt du, wie das geht? Ah, hier. Sag mal was. Yo, 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 yo. Okay, ich hab auch deine Steps die ganze Zeit gehört, das war ultra irritierend leider. Oh mein Gott. Ich guck mal kurz, ob der, ich guck mal kurz, ob der Spieler für den Airdrop geht. Und dann töte ich den vielleicht, dann geh ich raus. Du warst ja noch in dem Raum, wo du die Scaffs getötet hast, ne? Ey, was ist los? Du warst noch in dem Raum, wo du die Scaffs getötet hast, ne? Nein, 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 gerade drüber, gerade drüber, durch. Da wo du gerade hinguckst, gerade drüber, durch. In diesem Raum, wo dieser LKW exit ist. Ist das ein Spieler, oder ist das ein... Boah, ich hasse Scaff Runden, Alter. Mit diesem Karma ist das so verwirrend. Ist das ein Spieler? Ja, der looted den Airdrop, Bro, das ist ein Spieler. Ja, aber das ist kein Spieler, Bro. Das ist ein Spieler, Bro, hundertprozentig, what the fuck? Ich geh mir das genauer anschauen. Das ist hundertprozentig ein Spieler, oder? Nein, das ist es nicht. Du kannst genau nicht den Airdrop looten. Doch, ich hab den gerade auch gelootet. Du bist so abgeknallt. Es könnte aber auch ein Player Scaff sein. Ach man, jetzt bin ich zu spät, Alter. Oh mein Gott. Mann, ich hab Angst gehabt, dass es zuglutet. Alles Gute wird der jetzt raussaugen, Alter. Ist das krank. Oh mein Gott, sei schneller, sei schneller. Nimm das Bier, nimm das Bier. Ich bin immer eins langsam. Ach, Tushonka bringt mir... Ach, die Schiene. Oh, 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 oh. Hab ich, hab ich. Jetzt mach den Rucksack in den Rucksack. Oh mein Gott. Der hat den ganzen Rucksack gesnitcht. Oh mein Gott. Oh, Salewa. Was meinst? Oh, Salewa, hast du bekommen? Hast du bekommen? Das ist gut. Aber ich hab einen richtig dicken Rucksack bekommen, Alter. Ja, das ist echt richtig. Ich hab einen huge Schusser-Rucksack. Guck mal, jetzt nehm ich hier das doch alles mit. Ey, äh, Bro, ich equip mich schon mal. Ja, ja, ich equip mich schon mal. Ich hab meinen Rucksack, Ejoin. Wieso steht hier kein Platz dafür? Das stimmt doch alles gar nicht. Ich hab doch geisteskrank viel Platz in meinem... Ach, scheiß drauf. Ich hau ab. Obwohl, kann ich... Hattest du ne... Hattest du ne Waffe? Ähm... Ach, scheiß drauf. Ich hab eh noch ein paar Sachen zum Verspielen. Komm, ich geh einfach raus, dann können wir wieder spielen. Ja, ja, easy, mach das so. Ich komm einfach raus, dann spielen wir weiter. Ach, das ist ein Medic-Rucksack. Uh, aber nimmt der... Gibt der mir mehr Platz, als der mir gibt? Was genau heißt das? Was genau hat Wieland gerade gesagt? Nein, nein, guck mal. Ich hab jetzt ein Medic-Rucksack. Kann mir jemand übersetzen? Da kann ich nur Medic-Kids-Sachen reintun. Checkst du? Äh, ja. Benutzt du dieses... Ja, ja, verstehe. Das heißt, es ist quasi ne kleine Box. Benutzt du dieses Hin-und-her-Switchen der, ähm, links-rechts-Dinger? Nee. Dass man auf die linke Seite switcht? Nee, gar nicht. Auf welche Taste bindet man die Scheiße, wenn man nicht Maus 4 nehmen will? War das mein Mute-Button? Oh, guck. Mittlere Maustaste vielleicht? Ich dachte immer, mittler Maustaste ist Maus 4. Ah nee, das ist umschauen. Ja, true. Warte mal, war hier nicht die Ding-Pipe irgendwo? Bin ich dumm? Ja, da hinten. Ich hab's. Ähm. Boah, was mach ich denn da jetzt? Das ist schon OP, ne? Das ist schon wichtig. Tab vielleicht? Ist irgendwas auf Tab? Toggle Inventory. Ja, Inventory ist auf Tab. Äh, Steuerung. Ist irgendwas auf Steuerung? Ist irgendwas auf nur Steuerung? Oh ja, das Dach ist gut, oder? Aber werde ich das so schnell benutzen, dann? Ey, soll ich euch gleich in der Runde Winans POV irgendwo links oben anlassen? Oder zu stressig? Ich weiß nicht genau. Also wenn wir dann gleich in derselben Runde sind halt. Ja, aber noch kleiner. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. So, geil. Und ob die ist muted, ja. Bist du rausgekommen? Ja, ich muss kurz laden, dann können wir rein wieder. Äh, hast du... Welche Mission musst du jetzt noch machen bei... Wie dann? Ach, scheiße, ich mich muted. Ähm, welche Mission... Das Problem ist, manchmal mach ich auch Scaf-Voice. Ich hab die ganze Zeit geredet. Ich mach auch manchmal Scaf-Voice, um zu schauen, ob halt, ähm, der ein Scaf-Guy mit mir reden will, ne? Bruder, meint ihr das auf irgendwas anderes? Dann machst du F4 oder so. Bruder, du musst nicht so oft irgendeinem Redentag kommen, als ob das jetzt so wichtig ist. Ja? Ach, du meinst Reden einfach umbeinden? Ja, ja. Boah, ich weiß nicht, ob ich ne Full-Automatik nehmen soll oder SKS weitergrinden soll. Eigentlich ist das immer mein Play gewesen. SKS? Ja, ja. Also die AKU soll Meta sein, hab ich mir schon sagen lassen. Aber die kostet halt auch 40, ja. Es ist halt immer... Es ist halt geil, One-Tappy. Ich mag dieses... Ein Schuss und ich fixe seinen Kopf, weißt du? Ja, ja. Checke. Das sind Budgets. Budgetkiste hab ich gefunden. Das ist geil. Das borgt natürlich. Okay. Ich hab, ähm... Ich nehm mal Heal erstmal in meinen Pouch, oder? Ich glaub, das ist gar nicht so dumm, solange wir noch nicht mehr haben. Okay. Sekunde. Wie viele One-Taps hast du bis jetzt gehilt in den Tag auf? Einen auf dem Box gerade. Zählt das? Zählt. Normast, normast. Achuiend, ich schas пожivимся. Ja, Moni, könnte ich eigentlich auch machen. Machen wir so. Willst du kein Grizzly? Äh... Soll ich ein Grizzly zocken? Könnte ich auch machen. Weiß nicht. Seht's doch grade bei dir. Ach komm. Ich glaub, so geht auch. Machen wir so. Aber bei Grizzly musst du noch CMS mitnehmen. Ich geh Low-Budget rein einfach. Ja, bei Grizzly musst du noch CMS mitnehmen, wenn was gebrochen ist. Dass halt nichts gebrochen ist. Ah ja, stimmt. Jetzt klappen. So. Ich auch. Ich geh hier mit so einer P-Shooter-Waffe rein. Einfach Köpfe klicken, ne? Open. Danke, du reinlädt, Bro. Warte. Ich hab auch keinen Headset und nichts, Alter. Boah, ist mein Inventar-Famil. Wir brauchen mindestens eine sinnvolle Runde, Bro. Eine sinnvolle Runde muss drin sein. So... Ja, ich geh einfach rein. Ich hab kurz einen kleinen Snack. Q-Games schon rein. Ach so, warte, warte. Nee, ich muss jetzt annehmen. Warte. Dann hol ich mir auch einen Stick. Welches Level ist er? Level... Ich glaub Level 1, oder? Level 1. Yeah. Du musst Ground Zero noch machen, ne? Alter, ich aber 578 Stunden den Tag auf Online. Aber, Bro, ich hab auch richtig oft über Nacht angelassen. Aus Versehen. Ajo. Alright, Vila Velte. Mhm, mhm. Ich hab keiner, was du gesagt hast, aber... Ich hab nicht gesagt, ich erst gerade. Das ist unsere Runde jetzt, Bro. Hast du Geld dabei? Komm mal schnell, komm mal schnell, komm mal schnell. Warte. Nee, hab ich nicht. Wir sollen Treppe hochgehen. Ach so, ja, dann können wir auch die... Ja, nimm mal, tue mal das in deinen Pouch. Tue mal das in deinen Pouch. Sind 8000 Rube. Und dann könnten wir jetzt sofort den Taxi Extract machen. Der ist nämlich hier. Wenn du den machen möchtest. Oh, dann haben wir die Quest fertig. Ich muss die Quests auch noch abgeben, by the way. Oder müssen wir die Quest machen und escapen? Wir müssen manchmal escapen. Aber wir könnten jetzt hier raus und einfach das Taxi Extract machen. Der ist halt hier direkt. Mh, lass nicht machen. Okay, okay, dann gehen wir die Treppe hoch. Dann müssen wir Treppe hoch. Ich glaube, dass es auch Run-Through ist und nicht zählt, oder? Nee, ich glaube nicht. Wir müssen natürlich ein Stück drinnen bleiben und ein bisschen was machen. Ein bisschen was lohnen. Können wir hier hoch? Nee, ne? Seht nicht aus, als könnte man hier hoch. Oh mein Gott, Schüsse! Was war das? Nein! Warst du das? Nein, ich war das auch nicht. Weil bist du irgendwo drüber gelaufen. Oder so eine Knallerbse oder so. Bruder, was sagst du für die Scheiße? Das versteckt nicht irgendwo! Das versteckt nicht irgendwo. Ist das krank? Ist das krank, wirklich? Hm? Knallerbse, oder? War ne Knallerbse! Nee, da schießt wer auf uns. Ich bleib draußen, Bro. Cheatet der? Bleib mal in der Ecke, Bro. Weil sonst muss ich die ganze... Naja, warte, ich geh einfach hier rüber in die andere Ecke. Oder so. Ja, perfekt. Ich werd verkauft, top. Mega geil. Ich glaub, er kommt, er kommt, er ist da, er ist da, zieh rum bitte. Mach ich. Er piekt jetzt, er piekt jetzt, er piekt jetzt. Ich glaub, er hat nen Hit. Ich muss nachladen. Nee, der aimt da ab, der aimt da ab. Die sind mehr als nur einer. Bist alleine, bist alleine, bist alleine. Ich muss mich heilen. Kannst du ab-aim? Nein. Wie brech ich ab? Wie brech ich ab? Linkskling. Jetzt kann ich, ich aim ab. Ja. Mann, der muss slow sein. Wenn du mit dem fetten Huren so'n Kopf dazwischen gegangen wärst, hätt ich ihn gefickt. Real Talk. Lebst du noch? Ja. Ich muss nachladen. Ich muss mich heilen. Ich hab ihm aber gute Hits gegeben. Real Talk. Wir können eigentlich pushen. Hm. Waren zwei, ne? Waren mehr. Ah, okay. Okay, okay, okay. Dann chill. Du stöhnst auf jeden Fall gottlos. Oh, ich hab so Herzrasen, what the fuck. Hat ein. Muss nachladen. Muss nachladen. Du bist muted. Ich weiß nicht, ob du dich hörst. Nein, nein, nein. Ich hör dich. Ich muss auch heilen. Ich muss auch heilen, Bro. Mein rechten Arm hat's gefickt. Ich hab halt nicht mehr so viel Schuss, glaub ich. Leer. Wann bist du eigentlich wieder ready? Du lädst irgendwie. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab mir ne scheiß Waffe mitgenommen, sag ich dir ganz ehrlich. Das ist krank, ey. Mein teammate ist ein Haufen Müll. Bro, wusste ich nicht, dass die... Ich kann aber einmal durchlaufen und baiten. Wenn du möchtest. Mhm. Ich muss mich erstmal heilen, fertig. Warte. Ich muss nachladen erst. Hast du ein bisschen noch was in der Gun? Gar nichts mehr. Null. Aber ich kann baiten, dass ich irgendwie nach... Ich glaub, er pinkt. Ich hab ihn nicht, oder? Ich bin tot. Kriegst du ihn? Ja, ne, ne. Ich hab keine Munition mehr. Ach. Bro. Du scheiß Bastardkörper. Nicht jeder in den Screen bewegt. Alter, ich hätt ihn gefickt. Nein, du mich jetzt? Zwei Mal in den scheiß Typen reingebracht. Oh, mein Gott, Bro. Ich hätt einfach nur Klick machen müssen. Mit dem Talk. Du hast zwei Mal mit den Kill denied. Ist das krank. Mhm. Ich hätte weiter links stehen bleiben sollen. Hinter dir zu stehen, war nicht so smart. War mein Fehler. Bro, ich bin extra nach rechts gemoved, ne? Ja, war extra my bad. Ich wollte einen anderen Winkel haben. Ich dachte, du bleibst einfach in der Ecke, Bro. Und genau dann, wenn der kommt, musst du raus. Oh. Wollen wir direkt nochmal rein? Ja, ne? Oh, ja, ja. Auf jeden Fall. Bro, hätt ich ne bessere Waffe gehabt, hätt ich hingefickt. Ich hätt auch ne bessere Waffe gebraucht. Real talk, real talk. Wirklich, ich auch. Ich hatte so ne Pistol Muni Schuss dabei. Und hatte nur 20 Schuss dabei. Die war ein heller Arsch. Ja, die hatten aber gute Waffen, ne? Also die waren nicht schlecht equipped. Die waren auch immer besser dran als wir. Ja. Boah, aber das war ne gute Runde an sich. Die hat gebockt. Ähm, ich nehm die Rubel mit, Bro. Was ist ne gute Waffe? Was kaufst du denn du? Ich will ne Full Automatik kaufen. Die AKU ist krass. Warte, du gehst zu Händler. Das ist, also die kauf ich nicht, weil ich bin fucking broke. Ähm, aber du gehst zu Prapor. Und der verkauft, oder das hab ich mit, oder die AKS-74U. Die soll richtig. Ah ja, okay. Die soll super solid sein. Die sind weit. Okay, und zockt man die ohne Scope, ohne alles mit Ironside, oder wie? Ich weiß es gar nicht. Ich denke mal. Ich glaube auch. So, ich nehm mal jetzt ein bisschen besseres Gear mit, okay? Komm, jetzt nehm ich auch mal ne bessere Waffe. Yes. Playboy. Das wir nicht mehr jetzt so umgeschossen werden, sondern umschießen. Playboy. Ja, machen wir so. Also, dass du 20 Schuss mitgenommen hast, ist gottlos. Wir waren in dem Two-We-One, Alter, beim ersten Fight, den wir gemacht haben. So aus Klappen präparieren. Ist das krank. Krank ist das krank. Krank ist das krank. Aber man muss auch sagen, der hat... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Der hat ne halbe Stunde auf mich geschossen. Nein, 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 nein. Bruder, du verstehst dich wieder. Deinen verfickter Wichser-Körper. Und du ballerst, ballerst, ballerst und triffst ihn nicht, Alter. Deinen verfickter Wichser-Körper. Ich hab mich quasi für dich geopfert. Nein, 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 nein. Ich hab mich für dich geopfert, und du hast es nicht geschafft, okay? Muss du... Nein, das rühre ich nicht ein. Doch, so war's. Ich tank da die Schüsse, heil mich, heil mich, heil mich. Mein ganzes Grizzlies am Arsch, Alter. Tank und tank. Und was passiert, Alter? Mein Kumpane... Ja, aber was soll ich machen? Soll ich jetzt irgendwie mir die Bessere aus dem Arsch ziehen, oder was? Ticker, was ist das für ein Call, Alter?